Wistus, Lachendes Glück, das jetzt vorüberfliegt, Graf von Luxburg, Franz Leha, Herbsttage blieb im Markt, 7. Oktober, Premiere, ich darf inszenieren, naja, wo sucht man Inspiration, zunächst einmal und vor allem im Leha-Schlüssel, in Nussdorf, dass so die Atmosphäre kommt von Leha, von Luxemburg, von Karneval, äh, wir bummelen fürs Leben, was schert uns das Ziel, so liri, liri, lari, das Ganze, wo es ging, scharri, 7. Oktober, Blindenmarkt, Herbsttage, Leute, treu.